Willkommen zu einem neuen Game, und zwar Zero Sam 3. Dann wollen wir mal den Kampf beginnen. Los geht's. Einzelspieler, Kampagne, BFE, Summer, in Cairo. Los geht's. Oh ja, oh ja, wie ich dieser Large Queens lieber, oh yeah. Naja, geht ja zum Glück mal richtig zügig hier, doppelfresh. Los geht's. Oh, herrlicher Sonnenschein. Ultrahochsommerhöhe 50 Grad plus. Im Schatten. Oh, herrlicher Sonnenschein. Super, switch to Surface Scanning. Surface Scanning on Activity Nominal. What? No Hospitality today? We have contact, 2 o'clock closing in. Sit tight, we got company. What now? Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit of my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo Team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mensa wants to fry the Earth and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns, dude. Whatever. Time machine or no. Bravo's out there alone. We get in there. We recon Bravo. We go home. If everything goes tits up, the Professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez! Warning, warning. We've got eight. Let me take a base of action. Freaking right, hold on. I got it, I got it. Nooo... Man, dude, he has fallen so much for me and my friends have been sprung up as 10 meters. Mr. Let's hope they can read a map! Rotz machine here. Ich mach das nicht ab. Shit! You ought to be more careful. You'll put an eye out. Oh, das ist ein Vorschlaghammer hier. We picked up a mayday from Miller, give me a sitrep. The chopper is foobard. I ended up a few blocks away, I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, how many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum! You know, where we're supposed to be, where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that. We're still here. Hm, we're still here. Okay, we're still here. Okay, we're still here. 3 1 1 1 4 noch einer ohne Pakad noch einer ähm alter Ruf, ruf, ruf Ja, das ist verjessen Stone, komm her, woher du bist? Rodriguez, ich hab dir gesagt, ich werde da in einem Moment sein Es ist Jones, Rodriguez zu... Oh, Jesus, kru... Oh, shit Wer ist die denn da? Alter Was ist da, wo ist die... Verdammt, wo ist die da? Was ist alles passiert, das ist auch für die Vierge Das ist ein Das war's für heute. Yeah, yeah, yeah Der Vorschlag haben wir Macht seine Arbeit Damn Was denn sagen wir da die Knurken-Sound, Alter? Wär nicht mehr normal, Alter Ja, ja, ja Kleine guten Sack, ey Bauen wir mal, Alter Oh, jetzt darfst du nur noch von, Alter Wollen wir sich von hinten anschleichen So was läuft bei mir nicht Kommt sie nicht an Diese verdammte rumen Schreier hier Oh, jetzt geht's Bum Put a sock in it Uh oh Bum 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 Any survivors? Negative. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six. That place is probably full of aliens. It's about to be full of dead aliens. I hope you enjoy this video. What is studying right now? I'll be reading the light. I'll be reading around that now. Bad compatible attacks. From the attack. Bad pal故ersmez big man. Dead of english i don't know about letting the dupils becatting myself to English in English. Und das ist erst der Artenfall. So, wartet jetzt. Guck, guck, blammer. So, wartet jetzt. Ist jetzt gut, jo. Hm. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Da hab ich geschütte die Knarre hier, alter. Getrete das Museum halbbar wieder. Meine Knarre, mein Hammer. Ja. Zombies. Was ist jetzt ein Spinner? Paketbeschützer. Oh, los bei den. Ja. 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 Ja.